NEIN! NEIN! OOOCH! Ficken! Was? Was, was? Was, was? Keine Ahnung. Ahem. OOOOH! Was spricht denn die Uhr? Ja, warten wir noch eine Minute. What? Ja, ja. Oh, ein Fure. Alter, da bin ich aufm Flo rausgekommen. Fuck, da das echt nicht aufm Flo rauskommt. Ja, Mann, das ist übel. Konzentration over 9000. Oh, ja. Fuuuh. Alter. Zapp, 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 zapp. Boah, Alter! Ich hab mindestens dreimal gedacht, dass ich runterfliege. Und jetzt bin ich runtergefallen. das denke ich die ganze zeit also jetzt jetzt aber jetzt jetzt aber ich will welches hat welche farbe hat eigentlich dein handtuch oder du hast einen handtuch zwei nach der kriegt oder rotes rotes und grünes bekommen ja und die anderen also die von der anderen firma haben aus pisten abwinden pisten dauerndus wie knapp werden wo geht es so lang bisschen durch ja was kann jetzt nicht bestimmt dahin gestanden hast gewartet bis ich wieder drauf stehe war seine peter was zum ja warte mal bis ich komme muss ich habe doch kein mais gegessen ja ich warte ich glaube hier geht es gleich das würde ich dir eigentlich kommen wir haben die lüster den genommen genau genommen haben wir dadurch die die challenge aufgegeben und müssen bei den kürbiskopf aufziehen ja oder wir ziehen einfach beide keine das wäre natürlich auch eine möglichkeit ja aber damit würden wir uns regeln brechen die negieren sich dadurch verstehst du also die heben sich gegenseitig auch für leute die das nicht wissen und hier irgendwie was anderes denken ja da habe ich gleich dran gedacht nein was sind pisten auch jugend den letzten sprung verkack ich natürlich der pisten billy ja ich mache ja ich war der pisten und dieser troll Hahaha wie mega So, jetzt aber Oh Mann Go, 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 go Go, 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 go Go, go Man, ich sag, der 1, der Map-Einsteller, der hat uns hart genutzt Okay Ich will es erst gar nicht wissen Ja Ja, da drüben, warte mal Wenn du es schaffen solltest Lol Lol, hier geht es doch weiter Ja, Sigi, Junge Jetzt reicht es Boah, ich habe gerade gesagt, ich habe verkackt Zum Glück aber nicht So ein Troll, Pisten ab, win, los, da Komm mal her Warte Nein, komm mal her Warte Nein, jetzt gehe ich hier rein Welcome to the Indie-Galop-Wat Mats, ich musste was zeigen, der hat uns hart genutzt Wie? Hä? Komm mit What the fuck? Mach mal Game Mode und ich zeig dir was Das habe ich jetzt durch Zufall gesehen Guck mal, Pisten up, win, Pisten down, lose Ja Guck mal, wenn von hier oben der Redstone kommt Der geht dann hier hin Ja Und geht eigentlich ins Nichts Nee, da drückt doch den Kürbis runter oder nicht Nee Auf die Platte Nee Jetzt guck mal, wenn ich hier auf die Platte gehe Dann wird er aktiviert, aber wie sollte der runtergedrückt werden? Dann wird er mit dem Kürbis runtergedrückt, aber wie soll er mit dem Kürbis runtergehen? mach mal die fackel weg und setz noch mal eine guck der setzt davor also könnten okay also du kannst gar nicht gewinnen das war doch mal das ist so jetzt sagen du jetzt einfach krank sitzt egal alles cool ich weiß nicht vielleicht ist es auch neu war früher anders kann natürlich auch sein willkommen zu oder in indiga golopa no no kika derp inc okay we don't work hard why because we are lazy also die arbeiten nicht hart weil sie faul sind this office has been abandoned for five years wurde vor fünf jahren aufgelöst oder irgendwie sowas people made it into a parkour area so sit in a parkour parkour areal so have fun getting out if you don't know parkour okay population 1 also viel spaß wenn du keinen parkour kennst ich weiß nicht wo wir hin müssen ich ehrlich gesagt auch nicht brauchen wir vielleicht den roten block wie 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 bade noch kann das sein vorhin war das noch offen hier drückt du den da mal rein das kann eigentlich so ein freund war das nämlich auch wie es war offen ja als ich hier rein bin ich bin ja kurz hier rein habe geguckt da war es offen glaube ich ja da geht es weiter quick up hier steht auch da wo sorry steht auf der anderen seite wir sollen uns wegbauen ja hoops sache the fuck ich weiß warum hier gucken wir hier was was du stehst wo rechts ja da drin was ist da das sind normale pistens nach so ok und brauche jetzt die kippen so mehr stimmen wie kann zaubern das ist wieder sowas ja 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 ja